Wenn die Sonne im richtigen Winkel steht, dann kann man sie auf den ersten Blick schon mal für einen großen See halten. Sonnenkollektoren in Solarparks. Und auch auf den zweiten Blick sieht das dann oft recht idyllisch aus, finde ich, wenn da zum Beispiel Hühner drumherum picken oder Schafe grasen auf wilden Wiesen. Aber machen wir uns nichts vor. Solarparks greifen natürlich auch immer ein ganzes Stück in die Umwelt ein, in der sie errichtet worden sind. Wie also müssen Solarparks gestaltet sein, um lebensreichend Mole und corporativen in Solarparks. Danke für dich.